hallo welt da sind wir wieder wir sind hier bei uns am strand und wir sind alle beisammen hier prometheus boston maul und als erstes natürlich sarah hallo sarah sei gegrüßt hallo ritchie hallo prometheus hallo boston maul hallo youtube ja wir sind wieder da hallo hallo sarah hallo ritchie hallo prometheus ich grüße euch würd sagen dann aber ich wollte nur hallo sagen hallo ihr drei was wollen wir machen sofort jetzt mal die jagen okay oder damit ja gehen wir jagen und vielleicht dass wir noch mal ein zwei drei dinos hier dass jeder ein dino kriegt irgendwann mal zähmen erfrischendes bad genommen und getrunken wo sind jetzt dodos oder sowas die bejagen können dodos die sind ausgestorben habe ich denn auch im bogen sperr habe ich und eine fackel habe ich und das dein fläude habe ich habe ich denn noch ja liebe welt da draußen die letzte aufnahme sitzung liegt schon etwas zurück zu arg deswegen sind wir alle noch so ein bisschen mit der steuerung am kämpfen gerade aber ich denke das bekommen wir hin ich sehe schon borst maul du hast einen langen dolch in der hand ein sperr und wir essen eine kleinigkeit bären eigentlich auch hier unterziehen könnte was ist denn was ist denn das für ein grünes licht wir wollten jagen oder grünes licht das war noch nicht in unserem level da sind doch irgendwelche kisten oder sowas ja 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 ok ja wo gehen wir lang hier hinter mich her oder was folgen wir borsten maul warum schweb ich so bin ich überladen wahrscheinlich springst ein wenig vielleicht bist du leichtfüßig ja wie eine elfe ja oder wie heißt das wie grau und mit dicken füßen ach das mit dem rüssel meinst du ja das ist eine elfe was war das irgendeine nachricht habe ich gerade bekommen seid ihr sicher seid ihr sie ja da war gerade irgendwas seid ihr sicher dass die dodos noch nicht ausgestorben sind was kann man mit dem hier kann man nix machen die haben öl zum beispiel 52 wenn wir den töten dann leveln wir alle hey kann man den auch zähmen eh leider nicht irgendwas steckt in mir wieso kann ich denn die wieder aufnehmen ist das schon tot ich glaube der ist der ist glaube ich weg weiß ich nicht wenn ich jetzt tot wäre dann könntest du glaube ich den wieder aufheben das sieht komisch aus so dodo wo ist ein dodo achso wächst dodo wollen wir hier runter dodos da wo wir letztens die dodos gefunden haben wo mausi herkommt habt ihr mause eigentlich befehligt mitzukommen habt ihr sie gefüttert das ist doch deine mausi oder nicht also ich habe sie nicht befehligt nein probeteus seine mause gewesen oder nicht das weiß ich gar nicht mehr seine meine nicht was haben wir hier im inventar doch hier ist der ganze müll drin das ist irgendwie so dodo aber da kommt er ja ja weil er kann uns auch hier beschützen vorsichtig klauen ja die sind nicht nett wie viel leder brauchten wir noch mal für ein bett ich bin überladen ein bett ich habe hier ein ich habe hier ein ich habe hier ein aufpassen wohin tretet überall kacke wie ist das habe ich da drauf jetzt damit ich das leder raus bekomme ich glaube mit der spitzachs oder normalen axt irgendwelche mit mehr leder genau ich weiß nicht spitzachs vielleicht ah ok drei leder schon mal und warum achso spiceman implantat das brauche ich aber nicht von dem ja ich muss ein paar steine weg werfen irgendwas habe ich zu viel du kannst ihm den mausi genau können wir da reinpacken weil die keine menge tragen da muss ich aber die pompe weglegen ich will mausi nicht verletzen war zu schwer ist das schon voll die mausi die freut sich nur weil ich den devil gegeben habe also die das ist so eine animation einfach dass die ja die flücken dann so was packe ich denn da rein stroh kann ich da reinpacken übertragen 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 so übertragen so wie teilweise ich selber so vielleicht reicht es ja jetzt und bin ich denn so im kaputt ich erst immer zwischendurch so ein paar bären gleich auch großes großes das gibt bestimmt viel leder siehst du da drüben so ein rotes alles klar man kann man da essen da kleines oh zähmen einen ganzen saurierpark könnten wir auch also den kann man zähmen und drauf reiten ja aber der rennt weg sag ich euch jetzt schon da müssen wir flott sein hinterher mit 10 oder lederhafen oh und er will ihn ra oh nein nicht töten nicht töten hauptdache bewusstlos bös aber ich glaube bettend in dem moment wichtiger als alles andere ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn nein nein oh nein er haut ab ja die sind nicht einfach zu zähmen das ist richtig da drüben ist noch einer hey was ist hey hey Fisch Fisch ihr seid Fische lasst mich nein mir ist kalt ich bin tot piranhas wie war das denn jetzt nochmal respawn zufälliger ort oder südzone ihr seid ja alle bei mir ja wenn du wir müssen dir ja folgen das ist ja das mit diesem server diese geschichte den schnapp ich mir jetzt so er ist weg ach da oh schnappt ihn euch hab ich ihn bin ich schneller und er ist ganz schön schnell Level 45 oh ich bin kaputt oh 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 weil die steinschleu ist kaputt da brauche ich auch leder für oh oh hm ich hole mal mausy hi 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 können wir da nicht einfach einen Zaun drum bauen und geht das das wäre eine Möglichkeit ja dann läuft er nicht so weit ja und dann könnte man ja mit schleudern betäuben das ginge ja das ist richtig hey bleibt weg von meinem Garten hm hm wo ist der Garten eigentlich ach da drüben okay alles ist gut ach nimm den Stein wirf den Stein oh hoppla warum ist warum ist der so ängstlich naja der haut ab der ist ja ja das sind halt die die haben Angst ja die sind nicht zum kämpfe es ist schwer die zu kriegen aber wenn man sie hat ist gut ach da ist sie ja gehen wir wieder zu den Piranhas so so herstellen Steinfeil wo sind die Piranhas die Zähne ziehen soll bringen die nicht auch Leder Fisch Leder das weiß ich jetzt gar nicht aber ich zumindestens Fisch also Fleisch bringen die was zu essen aber Leder wüsste ich jetzt gar nicht Piranhas wo seid ihr eigentlich schon wieder alle alle hinter uns wahrscheinlich ne ich äh ich bin am Garten gerade ich dachte du willst die Piranhas jagen ja die sind schon fast da dran knabbern die schon an meinem Beutel hm äh da sag ich jetzt nicht so so meinte ich das gar nicht ah was zu essen komm Mausi Piranhas platt machen diesmal habe ich eigentlich keinen Bogen hm ich habe mir auch einen gemacht ja ja aber ich habe keine Pfeile ja musst du lernen später ja ich mag Giftpfeile hm ja sehr komisch so weit bin ich gekommen mit meinem Zeug der rote da drüben ist kein Freund ich kann nur gar keinen Bogen herstellen bin ich dann beknackt da müssen wir mal ernsthaft darüber diskutieren ob das alles so richtig ist da sind die Piranhas Vorsicht genau du längst sie ab ich hole mein Zeug nein 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 nicht doch es ist schön kalt hier im See wo seid ihr denn alle da oh alles übertragen gut oh unter Wasser kann ich das auch ich hoffe das hat keiner gehört das Wasser ist jetzt etwas trüb glaube ich an der Stelle hm ok da kommt glaube ich das Diek jetzt angeschwommen ich habe es geschafft das war ich hm was ist hier das ist Mausi so ja hier scheint es jetzt erstmal nicht so viel zu geben sollen wir ein bisschen einwärts gehen hier erst mal gucken wie ich meinen Bogenbauer herstellen ich habe gar keinen Bogen zum herstellen und musst du die Fähigkeit erst lernen ja ja wahrscheinlich die habe ich verpasst irgendwie da bewegt sich was ein Dodo ich habe ein hallo oh das war ich auch so ich habe einen Dodo entdeckt Dodo's jagen oder etwas Größeres lieber egal irgendwas genau ok Dodo 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 ich komme hier nicht über den Stein irgendwas abwählen kann man nicht ne und dann was Neues lernen ne ne das geht erst ziemlich spät alles klar ja dann muss ich mit dem nächsten Level Aufstieg auf jeden Fall erstmal Bogen lernen ach Dodo wo komm her Dodo wo ist zwei Schläge hey 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 das ist mein Dodo lass den nicht fressen ich denke du bist ein Pflanzenfresser Mausi kann doch nicht einfach den Dodo essen und dann mit der mit der Spitzhacke drauf ok können wir den ist der tot oder Dodo tot ja ich weiß jetzt nicht mal Spitzhacke für bessere mehr Leder oder die Axt hm ich habe zwei Leder aus so einem Dodo rausbekommen ich finde das ist schon Spitzhacke glaube ich das ist schon ordentlich glaube ich hm hm oh Vorsicht Mausi folgst du mir hab ich dich gerufen ach nein ach ich bin schon wieder überladen das ist ja grausig Mausi kann viel tragen oder ja sie trägt wirklich viel Mausi komm her hm aha ich habe etwas gefunden ein Zeichen so bedeutet hier müsste irgendwo etwas sein oder war ich das? hi 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 oh ein Dorf sie bleibt doch mal stehen ich will dich mal eben ein bisschen vollladen nein das war ein Stein ach so warte ich bleib mir hier stehen so was kann ich denn da reinpacken haben wir denn? Holz kann ich mal reinpacken übertragen so ich habe ich habe ich habe ich habe ich jage was ich weiß nicht wie es heißt noch nicht es rennt weg Dodo Dodo wo denn? hier äh bei mir wo ich bin oben am am Stein so das ist aber blutig hier und nicht wieder in irgendwelche Löcher äh fallen äh und rauskommen ja ah ja ne das ist ja jetzt hier The Island da ist ja da ist alles in Ordnung meinst du? da gibt es keine Löcher? ich glaube nein das dürfte eigentlich ne das dürfte hier nicht so passieren oh Dodo Dodo oh Dodo halt bleib da ich möchte dich nur töten bleib da ah der hält ganz schön was aus ey oh schade also neuer Level na ich auch hmm Dodos kann man nicht zähmen oh Dodo Dodo so was stell ich dem mal her ah ich glaube meine Axt ist gerade hinüber Holzschild oh ja das ja das das war schon eine gute Idee hier in den Wald zu gehen oh Mausi Mausi oh nein 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 das sieht aber gut aus was du da machst Prometheus was mach ich? du zähmst Mausi die ganze Zeit das sieht aus als wärst du ein Löwenbändiger nur mit Dinosauriern hm liebe Welt da draußen wir sind am Ende der Folge ja ja dann bedanken wir uns recht herzlich für euer Zusehen für eure Kommentare und für eure Likes ihr seht es geht langsam aber sicher weiter Daumen hoch auch für euch von uns macht es gut und bis zum nächsten Mal macht's gut ihr Lieben tschüss tschüss Das war's.